Hallo Leute, ich bin der Mender Bernhardy und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich die Leslie Böser Opa für euch. Hier handelt es sich um eine Pyromold Batterie. Zünder Daten 25 Schuss, Brenndauer 30 Sekunden, Effekthöhe ungefähr 35 Meter, NEM beträgt 307,5 Gramm. Wie sie mir gefällt, werde ich euch am Ende des Videos verraten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Leslie Böser Opa. Das ist eine dumme Idee. Das ist eine dumme Idee. Kommen wir zum Fazit. Mir hat die Böse-Ober, oder der Böse-Ober, wie auch immer, echt gut gefallen. Für 10 Euro hat mir hier eine echt gute Mix-Batterie mit verschiedenen Effekten. Gerade die steigende Schusszahl zum Ende hin hat mir sehr gut gefallen. Auch die Abschlusssalve war ganz gut. Die Ausbreitung war wirklich gut, gerade für den Preis. Ja, Standzeit ist, ich sag mal, für das Preissegment auch ganz gut. Und ja, unter dem Strich kann ich wirklich eine gute Kaufempfehlung dafür aussprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Kommentar, Abo und Like würde ich mich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.